So, auf geht's zur nächsten Folge. Jetzt werden wir Black Widow oder Thor, das werden wir machen. Schauen wir mal. Da lassen wir uns doch mal überraschen, meine Freunde, was es werden wird. Wenn wir wie im vorherigen Stream jemanden haben, der neu mit reinjoint, wie der liebe Flo von uns. Ja, schauen wir mal. Lassen wir uns überraschen, lassen wir uns überraschen. So, so, Schilds of the Avengers Knickicknacki in Kentucky Der Knotz im Gebälk So, jetzt klicke ich noch mal etwas zu trinken So, wie immer kriegt ihr relativ Nein, relativ, bis jetzt ist alles ungeschnitten Okay, worum geht's denn? Du hast die Kleine inzwischen sehr gern Ich schulde ihr viel Ich weiß nicht, wo wir ohne sie wären Freut mich, dass du das siehst So Gut Wie immer, selbst wenn schlecht läuft, läuft sie Zehn Prime Synthenoids besiegen Okay, das gehen wir rein Ja, das war's, das machen wir vielleicht Mit Dings zusammen Gut gemacht Wie im Klobo Hey Kap Wir machen gute Fortschritte Wir müssen den Druck aufrechterhalten Oh, das ist schon Schon hübsch Grafik Ich finde die ganze Atmosphäre hat was So Wow, was ist das? Die ist aber neu freigeschalten Die ikonische Mission Die ist aber neu freigeschalten Wo gerade eine So hat durchgeführt, dass das um die Ding gestoppt haben ist Boah, das sieht schon krass aus Nicht schlecht Nicht schlecht Also schaltet es nach und nach die ikonische Mission frei Na gut Wir machen aber trotzdem mit Black Widow weiter würde ich sagen, oder? So Sollte er halt sein Sollte er halt sein Sollte er halt sein Begemer Wir machen Black Widow Was machen wir denn? Was machen wir denn? Hartst das Monster Ne, komm wir machen Black Widow Das andere, das 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 Ich buch's mal auf Das sieht heftig aus Mhm. Black Widow sieht irgendwie bissl aus wie Catwoman, ey. Finde ich witzig. Du kannst echt eine ikonische Mission als... Ja, ne, komm. Da machen wir schon du wieder. Ist ja ihre ikonische Mission. Ich bin vorhin schon mit Hulk bei Captain rumgerannt. In der ikonische Mission. Kann man immer so machen. Aber, der Hulkieboy ist ja wieder mit dabei. Er ist ja wieder mit am Start. So, ich bin mittlerweile da am Stopp. Ja. 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 Wenn man da so WAS K количеством ist. Ich hab' den Mokain keine E-Mails mehr. Aufruf zum Überlaufen direkt vor Ames Nasern. Schön. damit die wissenschaftler den blackout zur flucht nutzen können haben diese wissenschaftler etwas mit dem a day zu tun sie waren in dem labor von taten dass das terrien in der bucht entdeckt hat ich glaube sie wollten wegen ihrer schuldgefühle überlaufen sieht schon heftig aus der anlage mit dem energieknotenpunkt der blackout verzögert den gegner nur dann wenn er nicht weiß dass sie kommen die katze ist wahnsinnig muss ich euch mal in den ersten streams mit seinem lucy das klopft mir gerne ihr weg ist klar minimale verteidigung kein alarm ja wir haben helft dabei rechnen sie mit widerstand sie werden nicht wollen dass wir reinkommen der kontrollpunkt liegt vor uns was was wir haben das wir noch hin das wäre unser siebster und neunster wissenschaftler relativ weit Das war mal krass. Stealth-mäßig. Ich will die Knotens bleiben und die AIM-Truppen vertreiben, sonst unterbrechen sie mich. Kommst du durch die Hagi da? Ich weiß nie, ob sie leise oder laut vorgehen. Ich manchmal auch nicht. Die Türen der Anlage sind fast entriegelt. Bleiben Sie bitte in der Hand. Ich bin in der Nähe des Knotens. Kein Problem. Los, ran! Boah, das Ding... Die kann man nicht alle erinnern lassen, die Freaks sind. Du Scheiße. Ich muss viele Knoten stecken. Ich muss viele Knoten strecken. Ja, ich muss viele Knoten. Ja! Hier, Lusi, komm mal her, komm mal her, die Leute glauben das uns nicht. Diese verrückte Katze hier, die wollten mir gerade sogar meine Pepsi wegsaufen, die verrückte, diese verrückte. So, Lusi, du darfst wieder, die Leute kennen dich jetzt. Hm, Krypto-Keeper, wenn wir haben da hier irgendwann noch einen großen... Oh... Woah, man... Ich bin nicht mehr auf dem Weg. Ich bin nicht mehr auf dem Weg. Ich bin nicht mehr auf dem Weg. Geschafft! Die Türen sind entriegelt. Gut, ich gehe rein und zerstöre den Energieknotenpunkt. Ich bin davon, wir gucken ja auch mal, wo die Kisten sind. Und da bin ich das so gut für dich. Natürlich. Ja, wir helfen dir, wenn wir alles gefunden haben. Wie helfen wir dir? So. Aha. Siehste, im vorjährigen Video mit der Mission Captain America. Ähm. Hellröde Raketen. Habe ich mich das mit Flöner gefragt. Wie das funktioniert. Diese Terminals öffnen. Das kann also nur der Widow. Ah, was das mit Flöner bedeutet. Da steht eine Truhe mit Ausrüstung in der Nähe. Neh, wirklich? Boom, boom. Boom, boom. Wir sind erledigt. Ich hab dir mein Bestes gemacht. Ja, schön. Ach, ich bin doch weh. Ach, ich bin doch weh. Ah, nee, doch nicht. Was ist das? Wee! Ach, ich bin doch weh. Der Floh kommt da vorne. Was ist da für den Datsu? So, wir haben alles. Schaben bringen, Glück Aber was ist dieses ... Oh, schön reingeschissen Okay, krass, was passiert jetzt, wenn ich hier ohne ... Irgendwie habe ich das Gefühl ... Hier gibt's noch was Aha, aha Aha, deswegen Gut, hier ist die Tür oben Gab es jetzt hier oben wirklich eine Spazion Das hat schon in dem Captain America Video, äh Hellrote Raketen Für uns mit Flömmig Ohren unterhalten Dieser Fulber 4 auf Messing Out Effekt, dass man Denkt man vergisst irgendwas Eine Kiste oder so Schlimm Irgendwo macht es das so aus Weil das befriedigt ja den Trieb Als Jego und Samen, ne Ungemein Aber irgendwie Denkt man sich dann auch Ich bin nicht dabei vorgemacht Fangen alle Schatztruen Dr. Forsen, hören Sie mich? Ich starte gleich das Ablenkungsmanöver Wir hören Sie, Widow Wie ist Ihr Status? Nervös, aber wir brechen auf, sobald Sie Ames Aufmerksamkeit haben Wo ist doch alles? Machen Sie sich startbereit Die Zerstörung aller vier Turbinen schaltet den Knotenpunkt ab und weckt Ames Aufmerksamkeit Und schicken Sie bitte die Avenger Verstärkung Hill, sobald ich loslege, wird die ganze Basis auf mich losgehen Mein Job ist der Jet Sie bleiben einfach am Leben Jetzt Kaś往 sch icing 3 먹ern Sie nur einen ebenfalls Länen 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 Ich habe die Spawn eingefangen So, war die Hunde vom Himmel geholt Wir sollten jetzt wirklich gehen, hier sind überall ein Truppen Ach, wo ist denn sie Alles muss versteckt sein Da leh dich Boom So, da Respawn eingeschränkt ist, darf man die ganz schlecht jetzt Energie zu Healend Genau, heilf, halt drauf Vermute nämlich, wenn jetzt Diese zwei Wow So, jetzt kommt nämlich zum Plan nochmal Elite Ups Eilen Sie sich Die finden uns jede Sekunde, ich weiß es Age Wie geht das Vorauss Ich werde da Inrü Channel Und Ich habe ein Und wer sagt, das wurde er in die Befriedigung? Ich liebe das. Ruf auf die Olga. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Sie antworten nicht. Gehen Sie rauf. Sie haben uns erfasst! Sie werden gleich abgeschossen! Verdammt! Ich brauche Ihre letzten Koordinaten! Ich arbeite daran! Moment! Das geht auf 22 und 22! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wir wurden getroffen! Wir stürzen ab! Festhalten für Notlandung! Hill! Zwei Klicks! Aim-Einheiten unterwegs zur berechneten Absturzstelle! Wir haben es geschafft! Wir leben! Ich bin sehr begeistert! Sie sind sehr begeistert! Ich bin sehr begeistert! Ich bin sehr begeistert! Ich bin die responder zu den Bretons. In Ihrer Nähe befindet sich eine Aim-Elite Einheit. Wenn sie sie besiegen, erhalten sie vielleicht etwas Nützliches. Na, machen wir das da. Kannst du mal aufhören auf mich zu schießen? In dem Wacke vielleicht tut das ja mal weh. So, wo ist denn die Indy, deine Alperdon? Boah, Black Widow dreht durch, geil. Aber richtige Eskalation und halt immer mit Widow rein dort mit Finisher. Geil. Guckt euch das an. Hammer. Oh, huch, ein Captain Clement und mich über den Jordan Rear. Oh, was gibt's denn hier an der Geschiss? Blau und Grün. Und Lile. Ne, Lile leider nicht. Mal ist noch... Denk mal schon. ... 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 Das ist ja richtig ab jetzt. Wo sind denn unsere anderen? Tote. Ah, hat noch wenig Energie. Ist klar. Ich mache ich Zarspladu. Scheiß, Adaptoid. Was ist denn das Antwort? Alles Adaptoid. Okay, jetzt sehe ich nicht mehr durch. Aber egal. Egal. Wie ist das? Ich habe die Chance, dass ich das noch so schnell. Ist das schon so schnell ab. das lief nicht ganz wie geplant aber fast ist meine bezahlung da soeben eine größere überweisung na bitte mission abgeschlossen im netz der spinne black widow und wie lange haben wir gebraucht 35 minuten und 30 35 dann auf youtube